so sieht es aus und ihr seht unten der luka holt das schon mal laufen die drucker beide was machen wir ja wir drucken jetzt zwei stündchen hier mal zwei infinity cubes ein bisschen was für die hand zum spielen und wir haben wieder einen aber ich weiß dass der papa an dieser tüte selber dran war und diesmal kann der papa der mama das nicht zu schluss dann weil diesmal war ich das wie die zeit gestern draußen die hast du nicht weggepackt ich glaube hier die müssen wir tatsächlich heute aufschneiden die schere brauchst du nicht holen die habe ich hier ja so direkt die schere wieder an seinem platz und dann machen wir dann mit der zange auch genau und jetzt müssen wir mal eben gucken wo die bauanleitung ist ja wo habe ich sie denn hingetan ist das die hier also da sind nicht erzählen uns die bauanleitung ich glaube das jetzt nicht oder nein das ist das poster wo war was ja nee aber da ist ja nichts so kann da habe ich die nicht hingelegt das weiß ich lässt du mich mal da an den schrank so es ist ja alles schön und gut nein ich weiß wo ja so ja so müssen so dann ich kann brauche hier die hand brauche ich suche mal die 15 raus da ja ihr seht schon jetzt dauert es heute wieder was länger aber also heute tag der entscheidung und was müssen wir dann machen weißt du nicht mehr ja ich weiß das noch denn wir haben euch ja gesagt wir möchten eine entscheidung von euch haben und zwar möchten wir wissen möchten wir wissen also das ist gleich die andere seite die wir dran bauen werden welchen von den beiden sitzen möchte wollen sollen wir dran bauen die dreizehn die vierzehn ihr entscheidet das schreibt es in die kommentare unten und dann werden wir bei der nummer 16 das ganze zusammenbauen sofern wir dazu kommen ich gucke mal schnell ja also die nummer 16 werden wir dann bei der nummer 16 werden wir es dann zusammenbauen und ihr dürft halt jetzt entscheiden was wir machen guck mal da unten muss irgendwo ein grünes teil liegen ein kleines hast du ja komm mal hoch damit zeig mal leg den papa das mal da hin ja das ist einmal müll so komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch komm hoch jetzt ja ab was das tut mir leid entschuldigung so hier komm scheffe knipsen papa holt sich mal die große zange für papas hand und macht hier das kleine ding mal eben okay d ja na ne so ja nicht so und nee warte, du musst da sehr gut dankeschön nee, dahin dahin denken, wir müssen ja jetzt hier die andere Seite dran bauen ich? braucht ihr das? nein, kannst du wegpacken das wird heute wieder ein kurzes Video wie lange das wird, müssen wir mal schauen aber es wird heute ein kurzes Video und ihr dürft entscheiden heute was wir nehmen welches welches Teil genau hey warte mal ja kannst du mir mal gefallen tun? ja ich bräuchte mal bitte aus der Schublade die blaue Zange nein, nicht die die andere ey, jetzt ist schon wieder ein Teil weg du machst mich fertig, Luki ja ja So, einmal, ja, gibst du mir eine Sekunde bitte. Nein, nicht, Luca, dann sieht man dich doch gar nicht richtig. Ja, so. So, fertig. Also, das ist das Teil für die andere Seite. Kommst du hoch? Komm bitte hoch jetzt, mein Schatz. Und den Gegenpart dazu entscheidet ihr. Also, die Numero? Oder die Numero? Genau. Also, kommentiert mit 13, wenn ihr das teilen möchtet. Oder Nummer 14, wenn ihr die andere Bank wollt. Und jetzt gibt es nur noch eine Kleinigkeit und die erzählt euch, wie immer, der Luki. So, und zwar jetzt. Abonnieren, tütti, 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 tütti. Euer Luca und euer Teutel. Wir wünschen euch schöne Tage. Tschüss. 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 Tschüss.